Herzlich willkommen beim IoT Pionier Device Insight. Wir haben Device Insight 2003 gegründet mit der Vision ein Wegbereiter für das Internet of Things zu sein. Aus dieser Vision ist mittlerweile Realität geworden. Inzwischen haben wir mehr als 150 IoT Projekte für verschiedenste Kunden umgesetzt und rund eine Million Devices verknüpft. Das Herzstück von Device Insight ist unsere cloudbasierte IoT Plattform CenterSight. Mit CenterSight schaffen wir Transparenz. Unsere Kunden erhalten Einblicke in den Betrieb ihrer Maschinen und Anlagen, die sie ohne IoT aus den Augen verlieren würden. Damit legen wir den Grundstein für mehr Effizienz in Produktion oder Flottenmanagement und ermöglichen ganz neue digitale Geschäftsmodelle. Bei Device Insight stehen wir im Prinzip mit jedem neuen Projekt vor neuen spannenden Aufgaben, weil jeder Kunde irgendein anderes individuelles Problem gelöst haben möchte. Bei uns im Team haben wir uns in den letzten Monaten hauptsächlich mit Narrowband IoT beschäftigt. Andere Teams arbeiten an Themen wie Machine Learning, Predictive Maintenance, Industrial Analytics. Was uns bei Device Insight ausmacht, ist unsere Offenheit und die Bereitschaft nie stehen zu bleiben. Das gilt sowohl für unser Produkt als auch für uns als Organisation. Deshalb arbeiten wir mit agilen Methoden wie OKR und Scrum oder entwickeln in unseren Shippet Days ganz neue Ideen. Ich bin Produktmanager bei Device Insight und obwohl wir in den letzten Jahren recht stark gewachsen sind, sind wir immer noch wie eine große Familie. Es gibt keine wirklichen Hierarchien, wenn mal jemand ein Problem hat, dann wird ihm auch geholfen und wir sind auch ein bisschen mehr als Kollegen, würde ich sagen, weil wir uns auch abseits der Arbeit mal treffen, um zu kickern, mal zu grillen oder auch am Feierabend mal ein Bier zu trinken.